So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, Lydia, lauf mir halt in mein Feuer rein. Lydia, du, den, ich, die hier. Okay, wir sind fast tot. Gold, Stab, ne, brauchen wir nicht. Warum bewegt sich der Schwanz? Ah, egal. Ja, wie wann hättest du mal hier stehen geblieben? In der guten Festung Dämmerlicht, oder? Ich mein Dämmerlicht. Und müssen die drei Bücher für Uruk finden, die etwas über... ...die etwas über das gute Fundstück aussagen, dass wir in Sartal gefunden haben. Ist etwas länger her, dass ich aufgenommen hab, aber... ...die in der Story bin ich immer noch drin. Stab des Magierlichts. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind echt überladen und... ...ich weiß nicht, was wir wegschmeißen sollen. Ich hab nur, Lydia stirbt da hinten jetzt nicht irgendwo. Bist du Feind? Bist du nicht? Was tust du? Hä? Hä? Und es beginnt. Ist der reich, brennt in den Ziel. Und alles? Wir schauen mal kurz, ob wir noch einen Mana-Trank haben. Das wird uns ziemlich gut tun, momentan. Da. Oh, Thorne. Oh, Thorne. Lass mich hier nicht zurück. Ihr seid also Orthorn. Ja, ja. Hat das Magier Ahren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Ich bin nur wegen der Bücher hier, die ihr aus der Akademie geholt habt. Ich bin hier, um euch zu retten und die Bücher zu holen, die ihr gestohlen... Ja, eigentlich sind wir nur wegen den Büchern hier, aber... Ja, wenn wir schon können, dann retten wir natürlich auch. Seht ihr? Ich wusste, Ahren würde mich nicht hier drin lassen. Ah ja. Jetzt holt mich schon aus diesem Käfig raus, bevor sie zurückkommen. Du bist doch schon draußen. Ähm, wo sind die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus. Du bist doch draußen. Warum seid ihr in diesem... Wer... Was für ein Käfig? Sie haben mich hier eingesperrt, bis sie soweit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Ja, für welchen Käfig denn der Schlüssel, bitte? Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Sieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte, beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Du bist nicht... Lasst mich hier nicht zurück. Ich bin gerade verwirrt. Welche Dummköpfe spielen so mit Feuer? Steht da ein Vampir an der Zielscheibe. Also an so einer Schießbahn. Ich glaube, es geht los. Ja, wir gehen mal zurück und schauen mal, wo der Typ eingesperrt ist. Vielleicht ist er zurück zum Käfig gegangen. Naja, also Bug. Sicherlich. Ja, wir müssen ihn befreien, obwohl er vor dem Käfig steht. Bug, ganz klar, aber... Naja, okay. Ich sag dazu mal nichts. Speicher bitte schneller. Danke. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Ja, wo sind die Bücher? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Gelauf. Okay, das schlossknacken wir. Bäh. So. Ey. Ganz so fest habe ich auch nicht gedrückt. Hä, ich bin verwirrt. Das ist doch nur Lehrling. Das müsste doch hier oben irgendwo sein, oder? Okay. Wir haben hier einen Geldbeutel. Distelzweig. Okay, sonst habe ich nichts interessantes. Hey. Ich muss hier raus. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Wofür die Tür denn nun? Schlüssel erforderlich. Okay. Gehen wir mal weiter. Beziehungsweise zurück. Hier waren wir schon mal. Nein. Nein. Ich schaue gerade, wer hier einen Schlüssel hat. Ja, immer der Questmarkierung nach. Hätte ich mir auch denken können. Speichern wir noch mal. Oh, das sieht aber sehr nach Endgegner aus. Hier für die Festung, da vorne. Und, ähm, Orta sagt auch gerade mal. Was muss? Ja. Was ist das? Was ist das? Zombie-Erwecken kennen wir schon. Was haben wir hier? Festung, Dämmerlicht. Okay. Die Krypta, naja. Gut, ein Totbeschwörer Lehrling und vier Skeletter sind jetzt nicht gerade so starke Gegner. Ich denke mal, hier wird uns noch mehr erwarten als nur das. Aber wir werden sehen. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht schon. Wer weiß es. Ich denke mal, hier ist das. So. Ein Wolf ist jetzt auch nicht mehr der starke Gegner. Da kann ich die Kaiser nicht mehr. Immer noch. Oh, wir sind eingefroren. Lydia rusht immer so vor, das gefällt mir nicht. Hallo, ich bin schnell laufen. Danke. Oh, der blockt. Weg hier. Oh, wie lange da wir laufen. Uiuiuiui. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir brauchen Heiltränke. Okay, okay, okay. Auf eurer Seite. Ja, ja, allü, Lydia. Tut mir leid. Oh, ne. Stab des Schutzgeistes. Ne, ne. Danke. Natürlich brauchen wir auch nichts von. Gut, aber gar nichts. Schlüssel erforderlich. Ja. Das waren alle. Sicher. Also, auf dem Radar habe ich keine roten Markierungen mehr. Der Bad Lab? Nein, das ist ja eine verdammt. Breder sonst noch was? Ne, dann können wir das schon. Sei still, Outhan. Gut, äh, wir nehmen einmal die Feuersalze mit. Zwei von zehn. Was hast du dabei? Kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Von der anderen Seite verriegelt. Okay. Was haben wir hier? Rucksack leer. Ah gut, Bibliothek nicht wirklich. Gut, was haben wir hier? Eine Holztür. Hallo? Ja, mit Feuer auf Feuer macht der Sinn. Jetzt überlassen wir mal Lydia. Kleiderschrank. Ne, Hut brauchen wir nicht. Au! Okay. Schlüssel zur Festung. Dämmerlicht. Och, ist das der Schlüssel, den wir benötigen? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, da geht es auf jeden Fall noch weiter hoch. Hier haben wir aber noch eine Tür. Adept. Mit dem Schlüssel geöffnet, okay. Zwergenstiefel. Adept. Dann auf der anderen Seite. Gold, sehr schön. Geldbeutel nehmen wir auch mit. Beispieltisch können wir auch mal reinschauen. Haben wir hier was? Gold. Okay. Ansonsten die Kleiderschränke ersparen wir uns mal. Was ist das denn hier? Schreien von Julianos. Okay. Julianos ist also auch eine Gottheit. Interessant, interessant. Gut, hier oben schätze ich mal, ist ein Endgegner. Hallo? Hallo? Ja, Leute, das Spiel hängt. Hallo? ok das automatische speicherung also wirklich gruselig mit dem automatischen speichern hängt